Wie war es, diese Rolle zu spielen? Es war richtig krass, ich habe richtig viel gelernt mit der Rolle, gerade weil sie so ein Gegensatz von mir ist und es ist richtig spannend in so einem coolen Film mitzuspielen. Wie hast du die Rolle bekommen? Durch meine Agentur, durch meine Schauspielagentur. Ich habe mehrere Castingrunden gemacht und habe es dann irgendwann geschafft. Wie cool ist das bei so einem fetten Projekt, du weißt ja, die Romane sind Bestseller, die Woodworkers mit dabei zu sein? Es ist richtig cool, also es ist so ein krasses Gefühl, auch so viele coole Leute kennenzulernen am Set, im Cast, es klappt alles, es funktioniert alles, super Team, es ist richtig cool. Und letzte Frage, Premiere, Freitag München, heute Köln, hast du das Gefühl über einen roten Teppich zu laufen, fotografiert zu werden, Autogramme schreiben? Ja, das ist crazy, also es ist ein komplett neues Gefühl, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, also richtig cool, sehr cool.